Zurück zu Final Fantasy X. Ich bin mir sicher, dass wir näher gleich unser erstes Spiel haben, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir wirklich ein Turnier spielen oder einfach nur so ein geskriptetes Spiel. Schauen wir mal. Ist ja schon ein paar Tage hier. Das ist ein Guado, nicht wahr? Wer könnte es sein? Ist das nicht Maester Seymour? Das ist ein Guado, nicht wahr? Das ist ein Guado. Ja, ich bin ein Maester. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Steig, Maester Seymour. Und alle von Ihnen, auch. Ich spreche Ihnen den son, Maester Giskelgwado, Herr Giskelgwado, war für die Far Plane von Fort Nightpast. Wie viele von Ihnen bereits wissen, er wurde offiziellt als Maester von Yevon. Ich bin Seymour Guado. Ich bin Seymour Guado. Ich bin froh, dass ich den Titel von Maester bekommen habe. In Leben, mein Vater Giskel gearbeitet hat, um eine Freundschaft zwischen Mann und Guado. Ich wünsche Ihnen, dass er seine Lege ist, und dass ich meine Worte als Maester als Meester für die besten von meinen Geistigen. Hm. Du, auch. Bauen Sie sich. Really psychs you up, yeah? Alright, last meeting before the match. Osso! Where's Wakka? At the matchup draws. We had to play the goers in the first match last year. The year before that, and the one before that, too. Well, we would have lost to anyone anyway. Get him, Wakka. We're playing the Albed Sykes first. If we win, we're in the finals. That's right, we got seeded. Two wins, and we're the champions. No! 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 First things first. Let's go over the basics again, boys. No! 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 Ich will ihn finden! Hey! Hey, 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 hey! Das Spiel beginnt so schnell! Komm zurück schnell, ja? Hey, ich werde zurück. Ja, okay. Hey, Waka! Du bist so schwer, Mann. Nein, nein, nicht deine Gesichter. Juste aus, relax. Okay. Juste aus, ja. Vielleicht können wir jetzt Ser Jecht finden. Huh? Wie? Ser Oren war auch mein Vater. So, er könnte er wissen, wo Ser Jecht ist. Jetzt gehen wir! Es war mir nicht so, dass die Oren Juna war. Und die, die ich von Zanarkin weiß, könnte zwei andere Menschen sein. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass es das gleiche Mann war. Ich weiß, dass es das gleiche Oren war. Ich weiß, dass es das gleiche Oren war. Ja. Was ich noch bohend? Hey! Owlbed Sykes, right? Some Owlbed saved me the other day, and... this girl Riku gave me food, and... Uh... You don't understand me, do you? Uh... Uh... Anyway... If you meet Riku, tell her thanks for me! Oh, and as for the first game... May the best team win! ... Let's meet Daniel! Mit dem VIN? Dann gehen Sie vor wie immer mehr Zeit raus ins gaps! ... HierXys, Schöpfen ist schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Then, I'll come running, okay? Well, I guess we should just stick together then Until you can do it Yes, sir! Hm. Irgendwo lag noch so ein heftiger Raum. Wow! Das ist eine ziemlich große Stadt. Luka ist die zweite größte Stadt in Spira. Ich dachte, jeder Stadt war klein, wie Besaid und Kilika. Die Stadt normalerweise werden nicht größer als das. Weil, wenn viele Leute gemeinsam... Zinn? Hm. Was für Luka? Ist es sicher hier? Es ist nicht anders, aber das Stadium ist hier. Die Crusaders kämpfen, um es zu retten, mit all ihrer Kraft zu retten. Sie retten das Stadium? Blitzball ist wirklich das einzige Untertitelung, die wir haben. Spira ist ein bisschen kurz auf Spaß diesen Tag. Woah. Habt ihr Druck. Das stimmt. Ist Zanarkand auch so? Hm. Also, es gibt mehr Gebäude. All die tallen. Und die zusammen sind. Oh. Sie müssen so großartig sein. Sie sind nicht so großartig. Sie sind nicht so großartig? Haha. Haha. Wir gehen uns an den Herr Oren. Oh. Au. Au. Musik Ah Orin's not here Hmm Why not talk, Kimari? Not see Yenke for ten years Say something Kimari forget Yenke? Forget Biran? Leave Kimari, Yenke Kimari is small, Ronso Kimari so small Can't see Yenke and Biran's faces Hehehehehehe Kimari forget Ronso friends? We taught you much at time of Hornmold Biran taught Kimari to be strong, Ronso Maybe taught too much Take him on Take it outside, the tournament's starting, you hear? The game Today on this glorious day Players from all over Spira have assembled here To participate in this great contest of bravery, skill and strength All of these fine teams equally renowned deserve to win the cup today Such is the nature of this contest Let us the spectators play our role accordingly Let us sing to the glory of the winners And applaud equally the valor of the defeated Contestants May heaven be with you May heaven be with you Let us sing Come on The glory of the worthy Das war's für heute. 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 Ancient Machina salvaged by the Albed. They are mostly vulnerable to lightning. Das war's für heute. 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 I don't play. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, he'll feel that one. Ah, but the referee doesn't call the foul. Let's go. Das war's für heute. Hey, we can use this crane! Come on, move! It's probably out of power. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Das war's für heute. Das war's für heute. Hm hm. Easy peasy. I hope you hurt them. A little. What is it? There were these all-bed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship. They even gave me food. I was kinda hoping that this was the same ship. But it's not. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Um, was there anyone called Sid on that ship? I don't know. They were all speaking that Al-Bed language. I see. So who's Sid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait. So that means you're Al-Bed too, Yuna? On my mother's side, yes. Sid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Wakka about Yuna's lineage. The thing about Wakka, he never had much love for the Al-Bed. Whoa! I gotta tell Wakka. I thought I told you not to tell Wakka. The game! Oh! 30 seconds left! The Aurocs are launching an all-out offensive! A long pass from Lenny! It goes through! Oh! Oh! He shoots! Goal! Unbelievable! The Aurocs win the match 3-2! We won! We did it! We're in the finals! Not the most graceful win. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey! Aren't you being just a little unfair? Excuse me? I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Wakka that, right, Lulu? And I don't think Wakka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. I'm sure there's still a little bit of a cat. There's still a cat. There's still a cat. There's still a cat. Sure you alright, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you're okay? We're playing the Gores, too. Miss me? Lady Yuna! Lady Yuna! Are you okay? All this because of me. I'm sorry. I'm so sorry. How can you let some Albed kidnap you? Hey, let it go, alright? Don't go near Albed anymore, okay? They're trouble. I can't get hurt. No! Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, zum Finale und mit dahin kommt rein.